Super schön. Hi, wir sind Lianne und wir spielen heute acht Songs für euch. Und das war gerade Wolves und jetzt kommt ein Song Distance. Das ist so mein Heimweh-Song und es ist umso schöner, dass ich den heute spielen darf, weil meine beiden Eltern sind da. Und genau, Distance. Das ist so mein Heimweh-Song. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018